Möchtest du die Begrüßung machen? Nein, ich überlasse sie die Rede mal dir. Warum? Darum, bist du faul, hä? Ah, okay! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt bin ich eingedüxt, jetzt kannst du von mir nicht mehr erwarten. Alles klar, Weißenthal. Dabei ist der wie, wie heißt das? Bei einem Sachsen auch Ausdruck. Ich mobbe dich doch gar nicht. Ja. Ich will jetzt immer so eingeschmacht sein. Das ist eigentlich nicht. Die Zuschauer können es bezeugen. Trotziger Bengel. Du kleiner, genau, du kleiner Rotz-Bengel. Helven wollte vorher mit einem Nutella-Class Motor anbauen. Ja. Ja. Wir brauchen Fahrzeugmodellierer. Oder beziehungsweise so Leute, die so entspannen. Also, wenn genau du jetzt vor deinem Bildschirm hängst und nicht willst, was du mit dir anfangen sollst, komm hin zu einem Nutella an den Fahrzeugmodellierer und dann bekommst du von Melvin ein Nutella-Class. Genau. Schicke ich denen dann echt zu, Alter. Ich schwör, die kommen dann alle nur wegen dem Nutella. Alter, wenn wir nach dem Video mindestens drei neue Anfragen haben, also für Modellierer, und die auch dann bleiben, dann schicke ich dir echt ein Nutella-Glas nach Hause, Tom. Was mir? Ja, dir. Also, wir müssen jetzt die ganze Folge irgendwie werben. Hast du irgendwelche Werbesprüche aufgewählt, äh, so, so ausgewählt? So irgendwie, ganz komisch so. Nutella für jeden Hund widerstehlich. Äh, bei uns hier ist nur... In so einer Klasse gibt es auch manche Mädchen, die haben wir mittlerweile mit Spitzern mit Della. Oh. Ist aber nicht so schön. Es ist so, da ist der N-N-N-N-N-N-N-O-Tratransport. WTF? Alter, das ist aber doch nicht mehr schön. Hätten wir das nur wegen für diese Folge überledigt. Alter. Kannst du abhaken, wie du hierhst du? Du tust mir voll leid. Hä? Wenn du ein Nutella-Mädchen bei dir in der Klasse hast. Nutc ist nur Nutella-Mädchen. Hier ist besser als bei dir und der Schproggel. Geil! Bis zuerst! So, also würde ich mal sagen, fangen wir mal an denken zu reden. Wo fährst du heute bzw. die nächste Saison hin? Wo verbringst du deinen Skiurlaub? Ich hab vermutlich einen Skiurlaub in den Weihnachtsferien. Also meine Weihnachtsferien sind voll verplant, Alter. Aber geil verplant. Also hättest du auch so verplante Weihnachtsferien, würdest du das geil finden. Hättest du auch so verplante Weihnachtsferien, würdest du das geil finden. Also, ich bin vermutlich vom 27. bis zum 30. bin ich im Gütei. Wo ist das? Das ist im Parallelteil vom Ötztal. Achso, ja, 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 hast du ja schon erzählt. Ja, 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 wir wollen das nun mal weiter ausdehnen. Da mach ich dich neidisch, weil ich da komplett hinter die Kulisse darf und beschneide. Hinter die Kulisse. Hinter deinem... Boah, der stellen sie für dich extra hin auf, ne? Ja. Äh, äh, ja. Und dann Silvester, ich weiß nicht, ob wir dann Silvester zuhause sind oder weil meine Mutter... Also meine Mutter will über Silvester nach Nesselwagen, beziehungsweise bis zum 7. Januar dann in Nesselwagen bleiben. Ja, dann hab ich meinen Skiurlaub in Nesselwagen noch und ja, läuft schon. Dann vielleicht ein paar mal mit dem Kumpel nach Laax in die Schweiz. Er ist auf dem Ötztal zu weit oben. Ja, so zwei Stunden im Ötztal fahren wir zweieinhalb. Alter, ich muss dann mit dem Zug da nach Fresh Farms. Jetzt ist sie wieder weg. Alles klatsches. Alter, wir brauchen die Lanze nochmal. Wo sind eigentlich das ganze Shido Zeug hier? Da ist ein Shido. Hä? Warte mal. Da ist das Shido. Ja, wir haben ihn jetzt gefunden. Cool. Ich glaub ich tu jetzt erstmal eine mobile Kanone holen. So. Ja, oben. Ich weiß nicht, ich kann nur den Reichen nehmen hier mal in der Kuhn. Ich brauch mal einige. Melvin? Ja. Ähm. Ähm. Was? Warum ist denn die V3 bitte schön so verpackt? Ich seh's grad sehr... Ja, vielleicht weil du sie modelliert und ingamed hast. Ach fuck, ich hab ja auch mitgeholfen beim Modellieren. Ich hab das Schönste an der ganzen Lanze modelliert. Guckt euch das mal an. Ja, dieses... Diese gelbe Abdeckung hab ich gemacht. Ich weiß noch Tom, wie Tom zu mir gekommen ist. Wann war das? Abends um 9. Ich glaub ich hab am Tag darauf eine Klassenarbeit geschrieben. Meine Mutter hing mir schon... Ich war schon mit einem Fuß im Computerverbot. Und hab das noch schnell hingerotzt. Deshalb sind auch die Dreiecke hier relativ ungleichmäßig geraten. Und damals war ich noch nicht im MMT. Habe ich Tom eingefallen gemacht. Aber der hört uns jetzt nicht an. Kann nicht stolz auf das sein. Naja. Er hat sich irgendwie verabschiedet. Gerade ist es weg. Aber wir haben jetzt eigentlich in der Aufnahme-Session schon relativ viel geschafft. Wir müssen reinsteigen und uns hier anschalten. Wann funktioniert das jetzt? War doch grad so prima... Ah, jetzt. Aber irgendwie funktioniert das so nicht. Ach, keine Ahnung. Wo wäre ich keine Ahnung. Ich kenne. Nein, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Entschuldige mich. Oder bin ich. Ich kenne dich. Das ist es. Wir müssen uns nicht. Ach, bist wir da? Jaja, ich bin noch die ganze Zeit da. Wo bist du noch gegeben? Ich hab grad vorher ganz... ganz... was los. Das muss man aber ganz schnell. Ich hatte mal einen Verkauf getätigt und zwar hab ich mir meine ganze Ballette Erdbeermilch mitgenommen. Gibt's diese Erdbeer-Joghurt drin? Da war ich meine Zeit lang so richtig schock. Ich weiß noch, ich hab... Ja, auf jeden Fall hol ich mir... Der muss jetzt weg. Ich muss mir mal schnell aus dem Kühlschrank holen. Ich weiß noch, als wir unser Faunus-Together-Projekt gemacht haben... Hä? Also ich hab's gut, der Kühlschrank steht hinter mir. Hey, what the fuck? Ja, auf jeden Fall. Weiß ich noch. Oh, ne, bitte erstmal schütteln. Oh, wie Tom mit seiner Bananenmilch immer. Ja, das hast du nicht Bananenmilch. Bananensaft. Ja, Bananensaft. Ja, Bananensaft. Ja, weiß nicht mal, um Angebot bei der Kälterei. Ja, was, Ken? Haben wir vom Kriegen mitgenommen. Wie viel? Gucken wir. Okay. Geht ja noch. Gucken wir mal, wir bringen zu denen. Du bekommst ja, wenn du da der Apple hinprickst zur Kälterei, bekommst ja einen Rabattgutschein ausgestellt. Weil du kannst Flaschen in so'n hören. Ja, ja. Kenn ich. Das ist ein Multisaft hat man, aber Saft O. Da hat man dann jeweils, da gibt's so bei uns in der Kälterei so'n Fruchtaktivsaft. Das ist so'n... Schmeckt eigentlich ganz richtig gut. Das ist so Apfel, irgend so'n Gemisch. Und, äh, Glühwein war auch noch mehr, noch mal mit dabei, also... Und, Restorhalter, allerdings, da mal Byrne hingeschafft, weil die Byrne waren... äh, der doch, wir haben Byrne jetzt noch mal hingeschafft, weil die Byrne waren ja eh, vor zwei Wochen circa. Und, ja, da haben wir uns wieder eine Runde Multisaft mitgenommen, alles klar. Läuft bei euch. Ja. Aber wir müssen dann nochmal... Weißt du, was ich ursprünglich mal vorhatte? Was? Ich hatte mal... vor dem Jahr, wo ich die Kanonen für das Pack von der V2.5, vor V2 gemacht habe, äh, also die TA-Kanonen, hatte ich mal angedacht, dass ich an die mobilen Versionen Playdown Attacher dran mache, sodass du so viele Kanonen wie möglich mitnehmen kannst. Alter, das wär mal nice. Habe ich aber ne umgesetztes Zeitgründen, oder Byrne erst probiert, ich wiss gar nicht, ob das überhaupt geht mit... Aber, äh, des Weiteren habe ich so ne umgesetzt, weil, äh, ich konnte die Kanonen nie so richtig rangieren, dass die zueinander passen. Du musst halt einfach den Attacher-Radius erhöhen, oder irgendwie geht das nicht. Nimm SRS. Du kannst im SRS nur den Index-Part für den Attacher, äh, einstellen, aber nimm Radius. Also, soviel, soviel wie du, ähm, Dings machen kannst, äh, kannst du nehmen, also wie du dem LS machen kannst, den 3-Bug. Hättet schon so. Okay. Es geht. Also, ich wies es nicht. Ich tu hier grad leicht runter beschneien. Und ich fahr bei mir hier die ganze Zeit runter, ich hab hier fast ein durchgehendes weißes Band, wir sind irgendwie gut. Haha, wie das aussieht, ist so ne komplette Schlangenliegen. Ja, ich fahr jetzt ausnahmsweise mal. Äh, in Außenansicht. Ich fahr sonst immer in Innenansicht, aber ich glaube... Warum läuft die Kanone nicht? Wie steh ich mir? Ich hab so, wenn die oben fertig waren, hab ich einige ausgemacht. Aber ich dub mir, wenn das TA-BG V5 raus ist, dann wirst du nochmal beschneiden. Ja, dann will ich auf jeden Fall nochmal beschneiden. Am besten auf ner Map vom MMT. Tja, dann musst du dich mal sputen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Du auch. Ja, eigentlich muss ich die Modelle nur noch exportieren. Ich hab übrigens rausgefunden, warum es beim Exportieren nicht so funktioniert hat. Tritt ist gut. Es darf, weißt du, ich muss... Es darf nur eine Gruppe geben, weißt du, ich muss die erst alle in Einzelteile auflösen und dann muss ich die alle gruppieren zusammen. Stimmt. Habe ich dir gesagt, das gibt mit Jay in den Blender. So, das wäre jetzt wieder genug Modding für... Kannst du die Ohren auf deiner Liste abhaken? Jawoll. Ja. Aber es wird richtig gut. Jetzt werden wir kreativ. Hm. Und eigentlich ist jetzt mal wieder so einen schönen Gast einladen, den kann man mal einladen. Maxi 2, der habe ich unter meinem Video gesehen, der will mir das SPS-E fixen. Was will der machen? Ja, ich habe meine weißen... Ich habe die Elsenbodenbahn geschrottet. Oder irgendeinen Spack wo aus dem Stream. Ich weiß es nicht mehr. Drückt er Q&M und dann ist gut. Q&M? Ja. Q&M. Also... Dann setzt er dir die Bahn zurück. Irgendwie hat es bei mir immer gar nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich hast du es nie gemerkt. Ja, wie muss ich das machen? Wo einfach so... Du gehst in einen Trigger von der Bahn, also dort, wo du die Hood siehst. Also die Steuerelemente. Gerade trägst du Q&M. Cool. Dann setzen sich alle Schalter und alle Einstellungen auf Null. Außer dich. Und die globalen natürlich. Deshalb musst du jetzt ganz schnell sein. Und bei Shift-K jetzt Elsenbodenbahn kommt, äh, Spieler wieder auswählen. Sonst beschickt die Bahn sich. Welch aber? Hä? Ich habe jetzt wieder... Schließen. Lift ist in den Betrieb. Vergiss es. so. Ja, aber ich kann jetzt irgendwie auch nicht... Es hat es jetzt gar nicht gebracht. Obwohl, vielleicht bringt es dubbed. Komm wir müssen jetzt erstmal mit der Beschwer super fertig werden. macht sie in der Lehne es wird die ersten und nö mensch mir macht das der Moja ich mach auch schnell wenn ihr es dauert eine Weile ich habe eigentlich schon alles vorbereitet natürlich steuerspannung ein konntest dich genau jetzt so vorbereiten als ich dir den Code sage ja ok der Timer ist eh abgelaufen ja du mit deinem scheiß Timer ich habe das früher nie interessiert echt? ich konnte mich nie an Zeit halten ja das weiß ich wo ich die letzten Dails gemacht habe bloß ich habe es dann immer gesehen in den Upload-Seiten und das ist ja dann schließlich das gewesen warum ich jetzt genüssen habe das hatte ich gekillt alter ja wenn ich die ganze also ich kann es nur hier oft wiederholen wenn ich die ganzen Folgen die ich auch noch auf der Festplatte habe hochladen würde da komme ich jetzt bis Mai aus wenn ich jetzt jede Woche drei Videos hochladen würde echt? sicher SPS-E-Tutorials hatte ich gemacht sämtliche Let's Plays sämtliche Mod-Aktivungen oder irgendwie sowas aber ich habe einfach den Gesuchzen auf dieser Shares-Upload selber wenn du 5 Stunden darauf wartest dass das Video hochlädt dann macht das irgendwann viel Spaß mehr kann ich mir gut vorstellen wie lange dauert denn der Tirk durchschnittlich so ein Video? 15 Minuten Video dauert ca. 20 Minuten zum Hochladen. Genau, so lange dauert es ja bei mir normalerweise auch, wenn ich aufs Handy ziehe. Aber da habe ich mittlerweile auch keinen Spalcher mehr. Ich verstehe so nicht. Aber in Sachen Internet hänge ich mich nicht rein. Also wir haben dann heute Abend noch ganz schön viel zu tun. Heute Abend? Naja, also wenn du hier alles nochmal schick machen willst. Ui, Delassi hat sein LS bekommen. Steht und schickt. Also du hast jetzt gerade vor dem Gesprächsthema. Fällt dir das auf, wie verplant du momentan eigentlich bist? Ey, der Timer ist ja abgelaufen. Ich sollte mal die Folge wählen. Ja, was? Es wird der Folge, wenn es nicht gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut mich alle abonnieren. Ich bin likegeil. Likegeil ist mein Lifestyle. Und auch Tops. Hey, der... Hey, Le. Schuss. Hey, guck mal. Melvin, der MS Pistenfahrzeugbau hat mich gerade angeschrieben. Was hat er gesagt? Winterberg hat er mir gerade eine Kanone geschickt. Moment, wir beenden die Folge kurz jetzt. Tschüss. Ja.